extra und einführungsvideo die dritte und bitte denkt dran zu lächeln und bitte ha mein name ist erl schmidt vom film smokers schaut ihn euch an und danach werdet nie wieder rauchen denn rauchen ist sehr ungesund kann okay das ganz gut ich habe die scheiße nicht mehr damit kommen was eine noch ein noch du musst das fühlen verschissen achtung die dritte und bitte